Auswahl, wo du halt dringend gehörst, stand da, pipapo. Wäre natürlich nicht so effizient, nicht so platzsparend. Oder? Was auch geht ist, wenn du das so mit Abkreuzung machst. Weißt du, was ich meine? Brauchen wir aber viel Eisen. Brauchen wir tonnenweise Eisen. Und ich glaube tonnenweise an Redstone. Da müssen wir mal eine Höhlenturm machen. Das machen wir aber später. Bzw. wir müssen das hier kümmern. Das ist echt schwierig jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen an der Mast. 2-3 Truhen voller Eisen. Und dann 2-3 Truhen voller. Alter, wie hoch, Alter. Krass, oder? Wir können mal eigentlich eine Höhlenturm machen. Aber ich habe nicht genug Essen. Das ist doof, das ist doof, das ist doof. Wir brauchen echt viel Eisen. Aber kann man nicht Eisen noch anders herstellen? Warte mal, ich gebe mal Eisen ein. Nein, Ei. Eisen Nuggets. Okay. Tja. Dann müssen wir das halt so machen. Vorbauen. Da habe ich 2 Truhen. Theoretisch. Müssten wir dann. Entschiede ich mir das jetzt. Guck mal, wo der herkommt. Das kannst du immer schön abessen, dass du dir zündest, Alter. Rast dich aber aus. Wieso spawnen die hier? Warum sind das hier eigentlich? Was ich damit machen kann, weiß ich auch noch nicht. Keine Ahnung mit dem Geld. Wir brauchen extrem viel Eisen und für das automatische Lager. Was gibt es denn noch eigentlich hier? Was ist das? Schütter. Keine Ahnung. Auslass. Mal hier sind Gärtner. Voll geil, die Roboter. Voll geladen. Sind das Roboter? Alter. Okay. Wir werden mal kurz sitzen, game und gehen. Mal gucken, was diese Roboter machen. Die sind die ganzen Sachen. Roboter. Keine Ahnung. Roboter. Vielleicht hier. Hier könnte. Hier, guck mal. Hölzerne Transportmittel. Das könnte man auch machen. Hölzerne Transportrohr. Wie mache ich das? Hölzerne Transportrohr. Wie baue ich das? Vielleicht ist das ja besser und einfacher zu craften. Hölzerne Transportrohr. Hölzerne Transportrohr. Das ist natürlich einfacher. Das ist natürlich einfacher zu bauen, klar. und holz wir probieren das mal nachzubauen oder mal wenn wir ausprobieren jetzt mal wie paum kann ich auch normales holz nehmen ja jetzt mal gucken jetzt hier eine kiste brauchen eine kiste vielleicht geht es ja auch automatisch oder mal ich würde jetzt hier und dann da so sehen wir mal das paus papieren dann werde ich das verbinden ne erinnern ok ja das ist ja jetzt doof ne hä wie funktioniert das denn jetzt ja hä wie soll ich jetzt ok und jetzt das ist aber komisch ich dachte kann man jetzt irgendwie hier hihm mach hihm hihm bin ich so oben hm wofür ist das da ne komisch hä komisch wie baue ich das denn jetzt kann man die nicht verbinden oder was hab ich zu wofür ist das denn bis Ich gebe mal Ruhe ein. Dann Spot. Das ist das. Das ist das. Boah, es ist eine Unifahrt. Vielleicht ist das noch mit Holz möglich. Warte mal, ich will mal jetzt hier was gucken. Hm, jetzt? Komisch. Okay. Wollen wir das? Das funktioniert irgendwie nicht. Hä? Hä? Schleunigung. Was ist das? Wo 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 ist das?